Hey Mann, wie geht's? Was ist denn das denn? Hallo, kann ich dir was fragen? Ich bin beschäftigt. Hey, du bist Kurtis, oder? Was ist denn das für ein Spinner, ey? Hm. Was ist denn das? Jetzt geht es nicht auf mich, Soldaten. Die einzige Person, die mir sagen, was zu tun, ist mir. Entstanden? Hm. Ich bin ziemlich verletzt. Es ist eine schade, die Leute nicht verletzen. Schau, was ich wirklich brauchen ist ein paar Informationen. Hast du gesehen, mein Bruder, Joshua? Du willst mit dem Herr. Er weiß jeder andere. Herr Bartlett? Du weißt, wo ich ihn finden kann? Klar. Er ist der gleiche Ort, wie er jeden Tag ist. Dinkt auf die Menschen. Du weißt, dass da etwas wirklich falsch ist mit dem Mann. Du weißt? Wie in der Hände. Das ist Herr Bartlett. Ja. Du weißt, dass alle Straßen sind verletzt. Niemand von hier hier nicht mehr verletzt wird. Ja. Ich kann das fixieren. Es dauert ein bisschen Zeit, aber. Du weißt. Es ist dein. Was ist das? Was ist das? Wir haben eine große Rolle. Wir haben eine große Rolle. Es müssen eine Gewehr haben. Das ist natürlich schön. Sehr schön. Danke. Ja man. Sauber. Ja. Ich mag eine gefährliche Handlung. Das macht dich ein bisschen sympathischer, wenn du so ein bisschen aussiehst wie so ein Typ von Texas, Chainsaw, Metacar oder so. MK-23 Handfeuerwaffe erhalten. Sehr schön. Schrotgewinn ist natürlich... Ich bin sicher, dass du etwas anderes findest, was du benutzen kannst. Ja, Herr. Du hast ein paar Klocken in diesem Ort. Ist es ein Grund? Ja, es ist ein Grund. Für die Klocken! Hast du nicht gesehen, dass jede Klocken in dieser Stadt auf genau 206 ist? Nein, ich habe nicht. Aber dann schau dich um, Junge. Warum denkst du das? Was ist das? Ja, wenn ich es weiß. Ich versuche nur, ihn zu schützen. Aber es ist kein Wunsch. Sie werden nicht wieder anfangen. Es ist wie, dass etwas uns nicht weiterverlässt. Du bist noch hier? Warum lasst du mich allein? Er schaut so aufs Gewehr, glaube ich. Er guckt den Typ an. Können wir auch nicht nehmen. Oh, ziemlich verwaschene Bilder. Was ist denn los? Untersuchen. Grundlagen des Fernkampfs. Okay. Da läuft eine Glotze. Können wir was erkennen? Nein. Nein, können wir nicht. Gut. Da sehe ich auch nichts. Dieser Kaffee sieht so aus, als sei er eine Woche alt. Lecker. Ich frage mich, warum diese Uhren nicht mehr funktionieren. Dieses Sandwich sieht alt aus. Was ist Kurt? Kurt ist das wirklich? Pistolen Munition. Ah. Nice. Was haben wir hier? Ein Speicherpunkt. Sieh mal da. Schrottplatzkarte erhalten. Okay. Okay. Da war ja recht übersichtlich. Moment. Da oben ist ein Haus. Ne. Von da kam ich. Hier. Ne. Und noch ein Drink. Das ist doch auch super. Super Alex. Hast du toll gemacht. Weil ich dachte hier liegen Arme rum. Krass. Und noch mehr Munition. Oh. Herrlich. Ja. Würde ich mal sagen. Ich speichern mal. Und zwar machen wir das erste Mal. Nehmen wir uns erstmal hier hin. Ich weiß ja noch nicht wie die Aufnahme wird. Wahrscheinlich bin ich wieder zu leise. Ich sehe es schon kommen. Ich weiß auch nicht warum das so ist. Vielleicht sollte ich mir doch eine andere Grafikkarte holen. Weil eigentlich rede ich ja ganz normal. Aber ich glaube ich bin normal auch ziemlich leise. Na ja egal. So wir haben zweimal gespeichert. Und. 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 Und.